Ja hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial mit Blender 3.1.2. Heute versuchen wir diese Dose, diese Creme Dose zu modellieren, texturieren und auch rendern als Produkt. Rendering ist relativ einfach. Vielleicht hier die Creme da drin etwas anspruchsvoller, aber sonst relativ einfach. Also starten wir und zwar mit einem Circle 32, das ist ok. Wir machen das etwas größer und dann CTRL A, Rotation and Scale. Ich schalte noch meine Screencast Keys ein, damit ihr seht was ich mache. Und zwar gehen wir im Edit Modus, alles markieren mit A und F zum Füllen und dann in der Frontansicht. Extrude nach Z in etwa so und dann wieder Extrude in etwa so. Dann gehen wir im Face Modus, markieren diese Fläche in Z in etwa so und dann GZ um diese Schräge zu machen. Vielleicht können wir das S, Shift Z noch etwas mehr skalieren. Und dann Extrude um den Gewinderteil zu machen. nach so. Hier fügen wir zwei Loops mit CTRL R, bestätigen das und dann mit CTRL B mache ich ein solches Bevel, ohne abzuwählen Alt E, Extrude Faces Along Normals und ich gehe in etwa so. raus. Perfekt. Und dann markiere ich diese Loop, diese auch, diese da unten und diese da unten und mache auch ein CTRL B mit einem Segment, das genügt. in etwa so. In etwa so. Diese Fläche mache ich ein Inset, in etwa so groß, Extrude nach unten, vielleicht etwas mehr. So. So. Und dann lösche ich sie. Die brauchen wir nicht mehr. Okay. Da unten markiere ich mir diese Edge da und füge ein Bevel mit etwa 10 Segmente. Ihr seht die Segmente hier unten. Ähm. Voilà. 10 Segmente. Wieso 10? Ich empfehle euch immer gerade Anzahl Segmenten. Wenn ich irgendwann beschließe, diese Geometrie zu verändern, da kann ich immer jede zweite Edge zu wählen und zu löschen. Ähm. Wenn es um gerade ist, dann geht das nicht auf. Somit empfehle ich euch immer gerade Anzahl Segmente ob 4, 6, 8, 10 zu wählen und nicht 3, 5, 7, 9. Okay. Wenn wir so weit sind, dann gehen wir hier im Face Modus, Inset, dann nochmal ein Inset und bevor ich das bestätige, drücke ich die Control Taste nach oben und dann wird das so extrudiert. Das passt. Ich mache diese, diese Edge da, scharf, rechts klicken, Mark Sharp und dann, wenn ich Sheet Smooth mache und hier unter Normals Auto Smooth einschalten, dann sieht das wunderbar aus. Und das gleiche mache ich hier, markiere mir diese Edge, Control B, 10 Segmente und das gleiche hier, Control B und vielleicht hier 8 Segmente oder 6. Das genügt etwa so. Und das gleiche hier und hier, Control B, dieses Mal aber mit 2 Segmente oder 1 Segmente, nein 2 müssen schon sein, für die, für den Support vom Subdivision Modifier. Okay. Dann gehen wir raus und jetzt drücken wir Control 2 oder hier Add Modifier Subdivision Surface, das ist das gleiche. Da füge ich mein Subdivision Modifier und hier sehe ich, dass da kein Bevel drauf ist, weil diese nicht gewählt wurde. Dann mache ich das noch schnell, Control B mit 2 Modifier. Voila. Perfekt. Somit ist unsere Dose schon gemacht und hier unten sehe ich diese Artifakten, die aus dem Subdivision Modifier kommen, weil wir hier, wenn ich das ausschalte, eine Ngon Fläche habe. Ich kann reingehen, diese markieren und dann F3 drücken und Poke eingeben, Poke Faces wählen. Und dann werden sie so als Dreiecke dargestellt und wenn ich raus gehe, dann habe ich da wieder eine glatte Fächer. Hier sehe ich noch ein paar Artifakten, das macht nichts. Wir fügen hier noch drei Loops und dann verschwindet diese Artifakte auch. Das gleiche könnten wir hier machen, vielleicht zwei dazu. Das ist okay so. Okay. Für den Deckel bediene ich mir von dieser Edge hier, Shift D, Z um sie anzuheben und dann P zum separieren, Selection. Ich gehe wieder im Objekt Modus und wähle sie, gehe ich im Vertex Modus, alles markieren, F zum Füllen, E zum nach unten, Extrudieren. Er hat mir, weil ich diese Edge kopiert habe, den Subdivision Modifier auch mit kopiert. Das ist okay so. Ich gehe hier oben im Face Modus, markiere diese Fläche. I für Inset. Ja. Etwa so. Und das gleiche wie da unten. Nochmals ein I. In etwa so. Control gedrückt halten. Und nach unten drücken. Ich schalte den Subdivision Modifier raus, gehe im Edge Modus und dann markiere ich diese als Sharp. Vielleicht muss ich diese auch noch. Mal schauen. Und hier das gleiche. Markieren. Control B mit zwei Segmente. Respektiv. Ja. Zwei Segmente. Ne. Hier könnte ich etwas mehr geben. Gehen wir auf 8. In etwa so. Und hier unten brauche ich diese Fläche nicht. Also Inset. So viel. Und dann der Rest löschen. Dafür muss ich aber diese zwei. Ne. Diese nicht. Nur diese. Auch mit Control B. Zwei Segmente. So. Also Port. Edge. Ich schalte wieder mein Subdivision Modifier. Und Shade Smooth. Und auch hier oben. Ups. Die Falsche angewählt. Diese Fläche wählen. Und dann F3. Poke Face. Sollte da noch stehen. Sonst schreiben wir das nochmals. Poke Face. Und dann raus. Subdivision Modifier wieder einschalten. Und sieht nicht schön aus. Also machen wir etwas anderes. Ich schalte den Subdivision Modifier rein. Wir könnten. Ne. Da löschen wir diese. Im Edge Modus markiere ich den. Und dann F3. Grid Fill. Nehmen. Und dann füllt er dieses aus. Ich kann hier den Span. etwas zurücknehmen. Den Offset kann ich lassen. Und dann raus gehen. Diesen wieder einschalten. Und jetzt habe ich diese. Artefakte nicht mehr. So. Vielleicht muss ich diesen da auch. Scharf markieren. Mal schauen. Das sieht etwas doof aus. Ah. Jetzt weiß ich wieso. Da fällt hier noch ein Support Edge. Hier auch. Zwei sogar. und wenn ich jetzt schaue, sieht es viel besser aus. Okay, ich denke wir können diese diese scharfe Kanten abwählen. Hier auch mal schauen, sieht doch besser aus. Perfekt! Da gehe ich im Front Modus, etwas nach unten und hier skaliere ich, muss zuerst meine Origin da, mit Shift S, Origin to Geometry, genau, und dann kann ich das etwas skalieren, das ist ein bisschen zu viel, also gehen wir zurück, etwas so und meine Dose ist fertig. Wir können das hier etwas benennen, zum Beispiel das ist der Deckel und das ist die Dose und dann wähle ich diesen Deckel weg, hier verstecke ich ihn, damit ich hier den Inhalt machen kann. Für den Inhalt gehe ich hier im Edge Modus, markiere ich mir diese Edge und ran Shift S, Cursor to Selected, ich gehe wieder raus im Objekt Modus und fülle hier, respektive erstelle mir eine Ubisphere mit 32 Segmente, ich vergrössere sie in etwa so groß wie die Öffnung der Dose, im Front Modus, dann hier auf Wireframe gehen, im Vertex Modus markiere ich mir diese Vertex und lösche sie, die brauchen wir nicht, gehen wir wieder raus, wieder im Solid State, im Edge Modus und dann markiere ich hier jede zweite Loop mit Alt und und Shift Klick und wenn ich das habe, drücke ich Alt S zum Skalieren, skaliere die in etwa so, perfekt und und jetzt skaliere das Ganze in der Z Achse, nee das machen wir noch nicht, lassen wir das, wir gehen im Vertex Modus, nehmen diesen Vertex und verschieben mit GZ etwas nach oben, dann gehen wir in Top Modus, ich schalte diesen Proportional Edic ein, mit diesem Vertex Selected und dann drücke die R Taste zum Rotieren, ich mit der Maus Rad, kann ich meinen Kreis hier etwas vergrössern bis hier und dann rotiere ich ein wenig, vielleicht, Ups, falsche Taste gedrückt, ja der Kreis kann etwas größer sein, rotiere ich das in etwa so, sieht nicht schlecht aus, ich gehe raus aus dem Edit Modus, Shade Smooth, auch hier die Normals auf Auto Smooth und dann drücke ich die CTRL STRG 2 Taste, damit ich den Subdivision Modifier hinzufüge, und dann gehe ich im Vertex Modus und skaliere das Ganze in der Z Achse, etwas flach, ich überlege ich mir, ich schalte den Subdivision Modifier aus, ob ich diese auch etwas beveln würde, mal schauen, wie das aussieht, nur die oberen, CTRL B und nur mit zwei Segmente, etwa so, schalte wieder mein Subdivision Modifier und ja, ich könnte auch statt zwei auf drei gehen, ja das ist fast besser so und schon sieht es maschinell hergestellt oder gefüllt, dann gehen wir runter mit GZ in etwa da, Scale, Shift Z, damit er nicht in der Z Achse skaliert, sondern nur X und Y, und unsere Creme Füllung ist erledigt. Ok, jetzt können wir den Deckel wieder da, ups, sieht das so aus, also schalten wir den wieder ab und dann gehen wir halt mit GZ etwas weiter unten, so sollte es gut sein, voilà, Shift C um den Cursor wieder in die Mitte zu setzen, den Deckel markieren, Shift S und Origin to 3D Cursor und jetzt in der Frontansicht rotiere ich in der Y Achse mein Deckel so runter, dass er hier unten in etwa auf 0 ist und dann mit GX lehne ich den Deckel da ran, könnte noch etwas mehr drehen und dann GZ zu GX in etwa so, ja, sieht gut aus. Ok, wir speichern, Nivea Dose Tutorial, perfekt. Somit sind wir am Ende dieses Teils. Ich wünsche euch viel Spass beim Nachmachen, wenn etwas nicht funktioniert, bitte im Channel melden und viel Spass, bis zum nächsten Teil, Tschüss! Bis zum nächsten Mal!